Guten Morgen aus Mainz an diesem 6. Juni. Mainz könnte kostenfreien ÖPNV an Samstagen bekommen, 05-Präsident tritt zur Wiederwahl an und wie Rechtsextreme auf TikTok die Jugend ködern. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Nachdem ein kostenfreier Nahverkehr an Samstagen in Mainz schon länger im Gespräch ist, sind nun neue Informationen zu dem Thema öffentlich geworden. Ohne einen Cent zu bezahlen mit Bus oder Bahn samstags in die Mainzer Innenstadt fahren, das könnte künftig möglich sein. Zwar gibt es bisher keine offizielle Bestätigung der Stadt, allerdings ist für Freitag eine vielversprechende Pressekonferenz angekündigt. In der Einladung zu dieser Konferenz ist die Rede von einem Pilotprojekt, das Anreize zum Umstieg auf den ÖPNV geben und gleichzeitig den Einzelhandel stärken soll. Oberbürgermeister Nino Hase bestätigte im März, sich weiterhin für einen kostenfreien Nahverkehr an Samstagen einsetzen zu wollen. Einige Wochen sind seitdem vergangen, jetzt könnte tatsächlich ein Modellversuch zu diesem Thema starten. Die Pressestelle der Stadt Mainz hält sich in Bezug auf die Frage, ob es sich bei diesem Pilotprojekt, das ab Juli gelten soll, tatsächlich um einen samstags kostenfreien ÖPNV handelt, bislang bedeckt. Nach Informationen des SWR ist geplant, dass die Menschen in Mainz Busse und Bahnen kostenfrei nutzen können. Während Städte Andernords noch mit den Fluten kämpfen, haben weite Teile Rheinhessens den Höchststand bereits hinter sich. In Ingelheim wurde der Scheitel nach Angaben der Stadt am Dienstag mit 4,92 Metern am Pegel Östrich erreicht. Seitdem sinkt der Wasserstand wieder. Wenn alles planmäßig läuft, soll die Zufahrt zur Mole und der Fährbetrieb ab Donnerstagmorgen wieder aufgenommen werden. Dafür gebe es jedoch noch keine Sicherheit. Zu Campingplatz und Biergarten in Heidesheim können Besucher frühestens ab Montag wieder fahren, weil der Boden noch zu durchgeweicht ist. Das Betreten der Deiche ist weiterhin verboten. Zudem rät die Feuerwehr dringend davon ab, auf die dem Wasser zugewandte Seite zu gehen. Die Verbandsgemeinde Bodenheim hatte ihren Höchststand mit knapp 6,40 Metern in der Nacht auf Mittwoch. Die Unterführung in Nackenheim sei gesperrt, halte Verbotsschilder und Warnhinweise vor Wildflucht aufgestellt worden, erklärt der Wehrleiter. Ab einem Pegel von 6,50 Metern wären weitere Maßnahmen nötig geworden. In der Verbandsgemeinde Rhein-Selz läuft der Hochwassereinsatz weiterhin ruhig ab. Die seit Montagmorgen rund um die Uhr präsente Dammwache wird allerdings trotz des sinkenden Rheinpegels bis auf weiteres fortgesetzt. Noch ist es einige Monate hin, bis zur nächsten Mitgliederversammlung des 1. FSV Mainz 05, die spannend werden dürfte. Auf der Tagesordnung wird dann schließlich unter anderem die Wahl des kompletten Aufsichtsrats sowie die des Präsidenten stehen. Klar ist nun aber zumindest, dass sich dann mit Stefan Hofmann, der bisherige Vereinsboss, wieder zur Wahl stellen wird. Das bestätigte er jetzt und erklärte, diese Entscheidung bereits im April getroffen zu haben, unabhängig von der sportlichen Entwicklung des Profiteams. Hofmann steht bereits seit 2018 an der Spitze des Vereins. Dass die AfD derzeit unter Erstwählern so gut ankommt, liegt laut einer aktuellen Untersuchung der Anne-Frank-Bildungsstätte insbesondere an rechten Filterblasen in der Videoplattform TikTok. Auf der Plattform kämen extreme Inhalte besonders gut an, erläutert Deborah Schnabel, Direktorin der Bildungsstätte. Wer zwei solcher Videos geschaut hat, dem würden weitere mit ähnlichen Inhalten angezeigt. Das machen sich laut des Berichts Rechte und Rechtsextreme zunutze. Von den derzeit zehn erfolgreichsten Politaccounts auf TikTok gehören sechs zur AfD. Permanent würden AfD-Politiker kurze Filme hochladen, von einer unüberschaubaren Anzahl an Fanaccounts runtergeladen, überarbeitet und erneut verbreitet. In ihren Videos gebe die Partei einfache Antworten auf komplexe Fragestellungen und erstelle Feindbilder, den den Wunsch vieler Jugendlicher nach Abgrenzung bedienten. Als Gegenmaßnahme fordert die Bildungsstätte, dass die Jugend in der politischen Kommunikation schnell ernst genommen und adäquat adressiert werden müssten. Im Mainzer Stadtrat wurde mehrheitlich entschieden, dass die Mainzer Verkehrsgesellschaft sogenannte Schwarzfahrten künftig nicht mehr zur Anzeige bringen soll. Insbesondere für sozial benachteiligte Personen konnten Anzeigen bisher zu einer Ersatzfreiheitsstrafe führen. Um dies zu verhindern, soll die Praxis in Zukunft geändert werden. Welche Änderungen genau vorgenommen werden, wird noch festgelegt. Anzeige wurde bisher erstattet, wenn eine Person innerhalb von zwei Jahren dreimal ohne Ticket gefahren ist. Weiterhin sollen Anzeigen stattfinden dürfen, sofern Kontrolleure und Kontrolleurinnen körperlich oder verbal angegriffen werden oder ein Betrugsfall vorliegt, beispielsweise in dem ein abgelaufenes Ticket vorgezeigt wird. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbanner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de